Weiter geht's mit einem Österreicher, mit Peter Gusenleitner, ebenfalls die Klasse Main Athletic, aber Altersklasse über 30 Jahre. Der Linzer ist eine der Überraschungen bei dieser Universumwahl, wurde nicht so weit vorne erwartet, möglicherweise auch etwas vom Heimvorteil bei den Punktgerichtern. Er profitiert, Gusenleitner gewinnt seine Altersklasse, feiert damit einen sehr großen Erfolg, noch dazu, wie gesagt, etwas unerwartet. Hier bei der Anleihe sehr stark geprägt vom klassischen Bodybuilding-Posing der Linzer, der ja früher an Bodybuilding-Bewerben teilgenommen hat und jetzt immer mehr in Richtung Fitness wechselt. Musik 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 Musik